Das ist gar nicht schwer. Ich meinte, da wo der Schausschütze ist. Ich habe keinen Bereich heißen. Ich habe immer nur einen Bolzenschneider. Da steht ein scheiß Arschloch mit einer Scheiße. Nichts passiert. Ich habe nichts in die Luft gehabt, Maurice. Und wie läuft es gerade bei dir so? Ich nähe mich der Mauer. Ich habe nur noch 17 Schuss, ne? Jeder Headshot muss jetzt setzen. Hinter mir. Ich habe keine Ahnung, Maurice. Weißt du, wer da ist? Hast du geschossen? Hast du geschossen? Dich, das ist ein Schuss, nicht? Hast du geschossen? Wie soll ich sein? Oder gar nicht? Das ist ein Schuss. Nein, das ist ein Schuss. Du schießt bei ihm. Das ist ein Schuss. Die Schuss ist eine Schuss. Die Schuss wird ein Schuss. Ausmacht in die Schuss. Nein, nein, gar nicht Ihr werdet nicht geschossen Oh, Van Out Ne, da war schon die ganze Zeit alles rot Und ich weiß nicht, warum der Bei mir nicht Bei mir war die ganze Zeit alles rot Doch über die Wand, du Die trefft nur mich Ich bin gut Ich hab die hier mal schon Du hast zwei Minuten Zeit, die Mission zu Ende Ich bin gut, ne? Ich bin gut, ne? Was ist denn da? Schasch, jetzt zieht er direkt auf dich, ne? Du, mach dich! Scheiß! Wo kam der Typ her? Das sind da viele... Wie viele sind es ungefähr? Du befehlst! Hast du auch schon wieder deinen Mund auf? Was für eine Revanche... Achso, wegen dem, ne? Die letzte hab ich gekillt! Geh, Monika! Bevor sie dich finden! Nein! Ich hab' mich grade alle vergessen! Dort! Oh mein Gott, sind das viele! Warum kriege ich? Warum muss ich von uns beiden immer die meisten aufhaben? Was hab ich denn eigentlich? Schützenmine! Tellermine! Klaas! Was? Also ich seh' einen MG-Schützen im Fenster! Ich seh' einen Balabar! ich sehe doch noch alter wie viele wollen denn noch angreifen hier die müssen die aber die kämpfen ja mit den nazis zusammen oder wie deiner sagen würde nazi erst so drei Leute haben es gehört warum sind die Soldaten so dumm bei mir die laufen ständig in den das war gar nicht eklig muss er mich jetzt töten sind gar nicht viele hier ich sag mal nichts dazu deutscher partner getötet du verlierst 2 min 31 ich glaube ich kann das eh nicht mehr halten oder ich sag mal Was ist das? Okay, wie kann ich so easy hier weitergelaufen? Die Insel absuchen. Ah, sind sie auf dem Dach? Wie schaffe ich das? Wohin soll ich denn schießen? Ist das der Scharfschutznieker, der mich gerade abgeschnallt hat? Wenn ich hier bleibe, werden sie mich finden. Okay. Schlepp doch mal. Okay, in elf Sekunden haben wir verloren. Oh, ne. Achso, bis ich sterbe, geht das? Oh, bist du wieder da? Bleib da, ich gebe dir Rückendeckung. Oh, oh, oh. Oh, oh. 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 Ah, du machstviolent? Oh, du machst nichts. Du euh, ich alzalte. She's dead. Oh my gosh, we did that. 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 Oh my gosh. Oh my gosh, we did that. Oh my gosh, we did that. Oh my gosh, we did that. Oh my gosh. Oh my gosh, we did that. Oh my gosh. Oh my gosh. Das war's für heute. 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 Das kann man zehn Jahre brauchen für sowas. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.